Hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal der Unlucky Nerds und wir melden uns heute mit einer kleinen, erfreulichen Nachricht, denn ja, 20 Uhr ist es jetzt soweit, unser Server Daisy Epoch Taviana geht online und ja, wir sind natürlich auf eure Wünsche noch eingegangen. Erstmal grüß dich, Gamerfreak, du bist auch noch hier. Ja, hallo Schmusa. Ja, wir sind auf eure Wünsche eingegangen, der Gamerfreak hat noch mit unseren Skripte ein bisschen gearbeitet, was hast du noch eingebaut? Ja, Lift und Tau ist noch auf dem Server aktiv, obwohl Lift noch ein bisschen Schwierigkeiten macht. Des Weiteren wurden auf jeden Fall die Spawnrate von Waffen zum Beispiel endlich angepasst, sodass man nicht mehr overpowered aus Martin rausgeht. Und ja, der Missionsloot wurde ebenfalls noch angepasst. Genau. Und ja, wir freuen uns jetzt einfach, dass es jetzt losgeht, also das Video wird wahrscheinlich ein paar Minuten zu spät online sein, dann wird der Server schon online sein. 20 Uhr war pünktlich Start. Wir gehen online, wenn euch Bugs auffallen oder so, dann meldet euch bei uns am besten im Teamspeak oder ganz kurz im Chat. Wir werden uns dann sofort darum kümmern, falls noch irgendwas nicht funktionieren sollte. Ansonsten, ja, bleibt uns sozusagen viel Spaß. Hauptsächlich die Grundregel, die wir auf jeden Fall beachten, wie jeder beachten sollte, wenn ihr Bases baut, nicht in der Stadt. Städte sind absolut tabu zum Bauen. Irgendwelche Burgen zubauen oder sowas, das dürft ihr gerne machen oder eine einzelne Scheune oder sowas halt, aber in der Stadt wird nicht gebaut. Und ansonsten wird sich das alles einspielen, würde ich sagen, wa? Ja, und zum Thema in Burgen bauen oder in so einzelne Scheunen bauen, die auch nicht einfach zubauen, sondern diese zubauen mit Absprache von Admins. Genau, einmal ganz kurz melden und fragen, ob das in Ordnung ist und wir sagen dann Bescheid, ob es okay geht. Und ja, ich würde sagen, viel Spaß beim Zocken, bleibt fair, seid nett zueinander, seid nett im Chat. Genau, genau. Und dann würde ich sagen, ja, viel Spaß, bis dann, euer Schmusa. Tausend.